Guten Morgen, hallo wach. Es ist Mittwoch, der 26. April, wir haben 4.36 Uhr. Early Bird. Hier geht es um den Nasdaq. Am 12. April habe ich einen Film reingestellt und da habe ich gesagt, es fehlt ein Vertrauen. Ich sehe nicht, dass sich da irgendwo irgendetwas geändert hat im Nasdaq. Wir haben gestern geschlossen bei 12.827 und wenn das alles so stimmt, ich nehme jetzt mal die Kurse von IG, da gucke ich ganz gerne drauf, sind wir jetzt bei 12.900, also ein bisschen höher. Die Zahlen von Google und Microsoft waren gut, leicht besser als erwartet. Okay, Ausblicke, die haben wir hinter uns. Heute, hier am Mittwoch, kommt Metaverse. Aber morgen wird es interessant. Da kommt nicht nur Amazon, sondern auch die Arbeitslosen-Daten aus Amerika. Also da kannst du mal ein bisschen hektischer werden. Ich sehe nach wie vor nicht, dass sich das Vertrauen hier irgendwie im Nasdaq in irgendeiner Art und Weise widerspiegelt. Dazu gehe ich jetzt zuerst mal mit euch auf die Woche. Die haben wir hier. Hier haben wir jetzt also, das ist jetzt hier so seit dem 18.10.21 und guckt mal hier auf diese Technik. Also fangen wir erst mal mit dem Chart an, aus Wochensicht. Hier oben gibt es so eine Art Rounding Top mit der oberen Begrenzung so 3.227. Und jetzt geht er schon wieder hier Richtung 10-Wochen-Linie. Wie gesagt, wir sind jetzt hier ein bisschen höher, wir sind bei 12.900. Aber das ist noch nicht, hier ist nichts klar. Und was mir überhaupt nicht gefällt, sind die Freunde hier und auch das MACD. Von daher muss ich davon ausgehen, dass wir nochmal diesen Bereich, also auf Wochensicht, so 12.000, 11.100 nochmal sehen. Der ist noch nicht abgehakt. Der muss halten, weil das waren die Tiefen vom 13.03. diesen Jahres. Das ist die 200-Tage-Linie. Das ist die, Entschuldigung, 200-Wochen-Linie und 220-Wochen-Linie. Also dieser ganze Bereich hier, der sieht mir schon recht stabil aus. Aber so wie der sich hier anschickt und so wie er hier aussieht über den Trendfolger, über den Oszillator, hat er nicht wirklich Vertrauen. Also ich könnte die gleiche Überschrift nehmen, wie ich am 12. April hatte. Also auf Wochensicht muss ich eher davon ausgehen, dass die nächsten zwei Monate, so bis Ende Juni, sich eher hier unten ein bisschen tingeln. Das alles wird Makulatur, wenn wir hier über die 13.200 drüber gehen. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Der sieht nämlich auch nicht so toll aus. Wie gesagt, wir sind jetzt hier höher. Ich habe jetzt extra nochmal die 10-Tage-Linie mit reingenommen. Die schicken sich an zu brechen. Das kann sowas hier werden. Ich glaube nicht an sowas, nicht an so einen starken Abverkauf. Das glaube ich jetzt mal nicht. Aber hier sowas. Einfach nochmal ein paar hundert Punkte runter. 12.1, 12.000. Hier haben wir die 200-Tage-Linie. In diesen Bereich hier rein. Ich sehe hier momentan nach wie vor, ich wiederhole mich, kein Vertrauen. Das ist für Daytrader, ist das okay. Absolut okay. Aber so ein Endanleger, der mal eine Position von einem halben Jahr oder einem Jahr hält, der hat eigentlich keinen Grund hier was zu kaufen. Das passiert erst, wenn wir hier über die 13.200, eben uns die 20 rum drüber gehen. Wir haben bei 13.280, 13.300 das obere Band. Dann wäre er frei. Und dann hieße das auch 13.600. Wir hangeln uns hier momentan nur an dem 38er rum von dieser langen Bewegung hier. Von dem Hoch, was wir hatten, 21 im November, bis runter ist hier das 38er Retracement. Mehr schafft er momentan nicht. Wenn es gebrochen wird, dieser Chartbereich von der 13.220, dann sollte er auch sehr schnell auf das 50er gehen. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber, dass man die Zahlen besser sieht. So 13.611. Da, wo ich diese graue Zone hingemacht habe, das ist möglich. Aber wenn ich das alles so sehe, auf Wochensicht, auch auf Tagessicht, hier, MACD, weiter negativ, Stochastik, weiter negativ, muss ich davon ausgehen, dass der erste Mal so eine Ehrenrunde läuft, um es dann nochmal zu probieren. Nett, wenn er jetzt heute Morgen hier bei 12.900 handelt, reicht mir aber nicht. Da Google und Microsoft okay waren, habe ich jetzt nicht so eine große Angst vor Metaverse. Das Amazon ist eigentlich auch, ich möchte nicht sagen ein Garant, aber überrascht tendenziell eher leicht positiv. Die Arbeitslosenzahlen, das ist das, was mir am meisten Kopfzerbrechen macht. Darauf wird da mit Sicherheit gleich wieder spekuliert. Nehmen Sie jetzt nochmal die Zinsen hoch. Machen Sie mal eine Auszeit. Ich glaube nicht, dass wir auf einem Zinspeak sind, so nach dem Motto, okay, die senken jetzt mal die Zinsen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So schnell geht das nicht. Da müssen wir wenigstens nochmal, sagen wir mal, drei bis fünf Monate warten. Das macht er nicht so schnell. Die Frage ist einfach nur, macht er eine Pause oder macht er ein Viertel? Ein halbes glaube ich nicht. Das werden wir morgen Abend, beziehungsweise morgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wissen wir da mehr. Das ist das, was ich im DAX sagte, das wird schwierig. Also das, im DAX-Film am letzten Freitag, das wird schwierig. Das ist nicht wirklich vorhersehbar, was da passiert. Aber ich rechne da also doch mit größerer Bewegung und nicht nur so 100 Punkte wie gestern auf heute hier im Nasdaq vom Schlusskurs auf den jetzigen Kurs. Ich habe Scheine ausgesucht, wovon einer ziemlich heiß ist. Und zwar gleich der hier. Die GP0QY8 hat im Moment einen 34er Hebel. 12.393. Da sind wir hier unter, ich mache es mal ein bisschen größer, ziehe den hier mal hier rüber, unter diesem hammerähnlichen Gebilde hier. Da sind wir drunter. 12.393 steigt jeden Tag ein bisschen an. Dieser Schein gilt nur dann, nur und ausschließlich dann, wenn wir dieses hoch hier rausnehmen bei 3.220. Macht ihn auf die Watchlist, guckt ihn euch an. Aber dem würde ich jetzt nie die Hand aufhalten und sage, oh, dann nehme ich mal ein paar. Das wäre mir zu heiß. 12.393. Wenn wir hier in diesem Bereich sind, um die 12.300, da gucke ich mir auf jeden Fall den hier an. 11.840er, die KH4 A39. Im Moment ein 14er Hebel, der dann natürlich dementsprechend größer wird. Ich habe den deswegen da genommen, weil er deutlicher unter der 200-Tage-Linie ist und in der Nähe von diesem letzten Zwischentief, das wir hatten Anfang März. Das ist also so ein bisschen, so sieht man hier auch am Hebel, so die sichere Variante. Aber nochmal zurück zu dem, den wir den nur dann reinnehmen, wenn wir die 12.000, dann die 13.220 überbieten. Vorher nicht. Das ist einfach, das ist zum Spielen. Der bitzelt ordentlich. Also da, der kann sehr viel Spaß machen, da kann aber auch innerhalb von einer halben Stunde alles weg sein. Bei dem Putz habe ich ein bisschen weniger Hebel genommen. 13.432, da sind wir hinter dem oberen Band in der Nähe von dieser grauen Linie hier. Das ist ein 17er Hebel, die GK9B4Y. Und dann habe ich auch noch einen genommen, weil ich glaube nicht, auch wenn wir jetzt hier drüber gehen, dass wir nennenswert die Chance haben, über die 13.611 zu gehen. Das sehe ich jetzt mal nicht, vor dem Hintergrund der eben gezeigten wöchentlichen Technik. Das sind 13.869, erfällt jeden Tag ein bisschen. Die KG17NG. So, das sind diese Scheine. Also nochmal, für mich ist dieser Punkt hier wichtig, 13.220, dann hat er sich, dieses Terrain hier, kann er sich relativ locker, das 50er Retracement, zurückerobern. Im Moment 12.900, wenn wir hier drunter gehen, wo ist mein Fadenkreuz, da ist mein Fadenkreuz. Und wenn wir hier drunter gehen, das ist das Zwischentief am 28.03. und zwar war das Tief bei 12.514, muss ich davon ausgehen, dass wir auch nochmal weitere 500, 600 Punkte bis hier in diesem Bereich hier draufsetzen. Von hier ist kein Vertrauen, nach wie vor. Deswegen muss ich mir jetzt erstmal eine Headline überlegen, ja, aber tatsächlich, das Beste ist, es fehlt weiterhin an Vertrauen. Das andere fällt mir dann momentan hier ein. Heute Abend kommt der DAX-Film und Freitag kommt der DAX-Film und nächste Woche kommt am Freitag keiner, da bin ich nämlich unterwegs, da werde ich wahrscheinlich den Mittwoch-Film schon auf Dienstag vorziehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Papa!